Weißt du denn, wie schwer das ist? Wenn der Taube sich verliebt und muss dann weiterziehen Weißt du denn, wie schön das ist? Wenn der Taube wiederkommt und sie erwartet ihn Das ist die erste Mal, also das war gut Ich habe die vollen Spikes geändert, bevor ich auf Ich konnte eigentlich steh in eine straighte Liste Das war cool Es ist wirklich hart Es ist nur eine Liste, von dem Top bis dem Es ist wirklich hart zu bleiben, das ist das ich gemacht Aber du musst nur auf der Biste bleiben, um zu bleiben Es war nicht wirklich gut, es war wirklich gut. Ich habe mich auf die Pedale so viele Mal. Ich habe mich nur auf alle Körner. Aber es war so viel Spaß. Es war cool, in den Wald. Es war großartig. Es ist 15 Sekunden nach Greg Minard, das erste Mal auf den Kursen. Und die heavens haben sich geöffnet. Es ist Pissing Day. Ich denke, es ist verrückt, wenn man zu einem stoppen kann, zwei oder drei Mal zu kommen. Und trotzdem qualifte ich. Ich denke, ich bin 9 zu dem Moment. Wir sehen. Es ist fast zu gehen. Wenn du gehen, ist es fast. Weil es so steppig ist, kann man nicht so schnell gehen. Wenn du zu viel breitst, wird es fallen. Aber du hast einige Ruts und wirst du in den falschen Ort. Aber es ist cool, ich bin eigentlich in der Zeit. 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 Ich denke, es ist eine gute Sache. Es wäre schön, dass ein paar von uns getrennt ohne den Ruin. Und dann ein paar in der Ruin. Es ist einfach so, dass das Ruin begonnen hat. Das ist cool. Aber die Körner sind schwer. Ich meine, die Ruts wurden sehr tief. Von der letzten Präckte bis zum Semis. Ich hatte eine gute Präckte. Ich war wirklich glücklich mit meinem Ridingen. Aber ich habe es nicht gut gemacht. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht in der Simmis gegeben. Ich habe es nicht gedacht, ich werde das gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Es war das Ruin. Es ist so tot und gut. Ich habe einfach gemacht. Aber ich habe es einfach nur einen Fehler gemacht. Aber es war nicht so schlecht. Es ist ein guter Ruin. Er hat einen tollen Tag. Er kam über die Linie 5th nach einem kleinen Crash und sieht aus, dass er sie 7th wird, das ist wirklich gut. Er war ein bisschen Angst vor dem Track, als er erst sah es, weil er all über die Linie von 07 und wie dodgy es war. Es war ein tolles Tag. Nein, danke. Ich bin gut. Hi, Mom. Ja, ich bin in der 6th Platz im Moment. Ich hatte eine sehr gute Runde. Die Schuhe hat sich in der ersten Zeit ab und ich habe es nach dem Rutt geschickt. Ich habe mich auf die Rutt und die Rutt war wie ein River. Ich war glücklich, weil ich weiß, dass es wo die Rühe geht. Ich bin in der Rühe und habe es gut gemacht. Ich habe ein paar Rühe zusammengebracht, aber ich hatte ein paar Stahls und Ball Rides und Feet-Off und so weiter. Das ist ja, ich bin in der 6th. Ich bin sehr glücklich. Wtf? Das war die beste Runde in meinem Leben. Alle, auf der Seite der Träcke, ich dachte, sie waren lachen. Ich war so hart. Ich habe meine Balls auf den letzten Jump. Ich habe den Scheiß aus. Aber ich weiß, dass ich einfach auf meine Bicke bin. Du sagst, du hattest den Rhein. Ich hattest den Rhein. Wtf? Ich hab ihn am threadbare. Ich hab meine Frontruns aus den Straßen gegangen und deshalb bin ich noch ein paar Sekunden. Das ist alles ich zu sagen kann. the rain tough dude i was just starting to start with it just hauling the rain just fucking ruining the track i'm beat dude he's only got you by two dude yeah very good result i try my best on this track it's very difficult Es ist gut mit der Reine, aber ich mag es. Es ist sehr gut für mich. Ja, wir sind alle in der Tent und es war einfach so, wie es der Heil war. Es hat viel besser gemacht, weil es wie eine Rive nach der Seite der Reine war. Es war so gut. Es war so gut, aber ich konnte wirklich nicht sehen, dass die Tear-Offs nicht. Ich fand einfach nur die Tear-Offs, wo ich einen Tear-Offs war, und es war einfach über die Bars, und es war ein paar. Aber es war ein guter Run. Ich war einfach über die Bars. Ich ging in die Netting für ein bisschen. Es war ein guter Run, aber ich fühle mich ziemlich schnell. Ja, ich denke, für die Männer heute, wenn die Reine... Ich meine, die Reine wirklich bucketet down, einfach vor Minar, und dann für die ersten 15 Leute, es war wirklich, wirklich treacheres. Und dann die Reine sort of eased up, und es creates ein bisschen eine sweet-spot, wo die Riders, 15 bis 35, nicht hatten die Vision Probleme, und sie hatten viel Wasser auf dem Weg, nicht so viel Thick Mud. Und so you see guys wie Wynn Masters und Damien Spagnolo getting, you know, results of their career best. Und dann, nachdem wir in die Pre-Pinut Butter Phase, wo es beginnt zu werden. Und ich denke, wir arbeiten einfach über das jetzt. Also, ich denke, wir werden nicht so viele Fast Times von hier auf in. Aber es gibt einen kleinen sweet-spot für über 20 oder 30 Riders und das sind die Leute, die man von hierher benefited. Great, vielen Dank, vielen Dank. Cool. So. Ladies und